Willkommen im Autohaus Langer. Bei uns erwartet Sie die größte Autoshow im Rhein-Sieg-Kreis. Auf 6000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren wir Ihnen über 200 Fahrzeuge der Marken Opel und Honda. Unser freundliches und kompetentes Personal berät Sie personen- und bedarfsorientiert. In unserer Meisterwerkstatt kümmern sich unsere Mechaniker gerne um Ihr Auto. Machen Sie doch auch mal einen Zwischenstopp bei uns. Autohaus Langer an der Burg Sülz 38 in Loma. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.